Na gut, gucken wir erst mal weiter. Halt, nicht so laut. Aha. Was zur Hölle geht hier vor? Hä? Ich muss mich verarschen, von wo kommen denn die Schüsse? Hä? Du kannst dich nicht verstecken! Was ist denn hier los? Oder war das der da hinten? Du! Du! Wir haben ihn! Gar nicht da! Habt ihr nicht? Ich bin es nämlich gar nicht. Ha. Was zur Hölle? Willst du noch mehr? Ich oder er? Dir zeigen, ich hole eine Verstärkung. Ich hole jetzt keine Verstärkung. Ich glaube, es hackt. Oh, da kommt noch einer. Eigentlich der einzige, den ich auf der Karte habe. Oh, oh. Und der Verstärkung. Oh. Nimm das! Will ich gar nicht. Ganz behalten. Oh. Ich bin leicht fast tot. Also ich könnte ein bisschen was hier brauchen. Haben wir hier was? Habt ihr vielleicht da was? Ich würde erst mal gucken gehen, ob die hier was haben. Nee. Hm. Okay, Aufzug habe ich gefunden. Dann gehe ich doch erstmal in die andere Richtung. Ah, okay. Da komme ich wohl dann dahin. Einmal im Kreis. Aber ist ja egal. Ich irgendwo vielleicht dann was finde. Also was anständiges. Jetzt. Wenikit. Rüstung. Hast du was gesehen? Nein. Und du auch nicht. Siehst du was? Das klingt, das klingt, das klingt, als gäbe es von da. Was ist denn hier los? Wollte nicht, der ist einfach umgekippt. Ausgerutscht vielleicht. Mist. Ach, schade. Ja, komm. Versuchen Sie nach dem Aufzug. Über den gelangen Sie in die Forschungseinrichtung. Ah, sicher. Was war denn? Ich habe keine Ahnung, was es war. Ihr solltet jetzt mal alle nachgucken kommen. Irgendwie guckt keiner. Vorher haben wir geguckt. Hm. Woll. Da ist schon wieder einer einfach umgekippt. Das muss an den giftigen Gasen hier unten liegen. Das ist nicht gesund. Siehste, muss da irgendwo in der Ecke, muss eine Epidemie sein. Wir hatten das gesagt. Und schon ist die Musik zu Ende. Ich weiß, ob das hier noch jemand ist. Tu nicht so. Code Rot! Code Rot! Ihhh. Blut im Stuhl. Entschuldigung. Drecksack! Wow! Was war'n das? Wir suchen sie nach dem Aufzug, über den gelangen sie in die Forschungseinrichtung. Das war's nochmal. Hey! Wer ist da? Oh! Hey! Wer ist da? Oh! Hey! Wer ist da? Da seh' ich den ersten Kopf. Da seh' ich den ersten Kopf. Beschäftigt ihn so lange! Stirb! Stirb! Ah! 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 Der sucht sich aber auch mal ne Scheißdeckung, der Ute. Ich trau' euch nicht. Schalt den Regulator an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier bricht gleich die Hölle los. Ich weiß, ich weiß. Aber schneller geht es nicht. Hast du meine Rohrzange gesehen? Da ist ein Druckleck, um das ich mich kümmern muss. Such gefällig selbst danach. Ich pass' hier schließlich auf unsere Ärsche auf. Oh ja. Ich fühl' mich auch schon viel sicherer. War da nicht was? Da ist... Was zur Hölle? Was ist denn? Was zur Hölle? Was ist denn? Was ist denn da jetzt alle? Oh! 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 Ja! Oh! Also ich krieg' das Licht an. Ihr Nulpen... Spsen sich schon mal wieder... ... Ja, gute Fahrstuhl, Alter. Hier herrscht das völlige Chaos. Ja, ich vermute, dass die Zerstörung des Kommunikationszentrums auf allen Inseln ein großes Durcheinander verursacht hat. Dieses Durcheinander hat die Trigenen dann zur Flucht genutzt. Faszinierend. Trigenen? Äh, was war das? Äh, was ist das? Gar nichts. Toll. Na, und Schuhröße? Kann ich nicht lesen. Oh, Schuhröße? Huch, äh. Oh, okay. Oder so. Das geht natürlich auch. Okay, irgendwelche Frigiden sind hier gerade... Entschuldigung. Nee, ich hab jetzt nicht richtig aufgepasst, wie die jetzt hießen. Also, Frigide wahrscheinlich nicht. Ho-hoff ich. Aber gut. Sehen wir ja gleich. Bestimmt. Mhm. Okay. Kann mir nicht mal angezeigt werden. Lang. Ah! Oh! Oh! Gut, ähm... Hier geh ich erstmal... Nicht lang. Oh. Ja. Ey. Würft er mich mit Schuhen und einer Mütze? Komm, wie denn da hin? Kann das jeder machen. Hm, Desorientierung, Desorientierung. Verdammt, ich bin erledigt! Ich brauch das Funkgerät! Okay, also ich glaube, wir sollen mit den Frigiden irgendwie noch nicht agieren, hab ich so das Gefühl. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Muss ein Trigen sein. Trigene sind Dr. Kriegers Forschungsgebiet. Im Grunde genommen sind es biogenetisch manipulierte Primaten. Sag ich doch, Affen. Kann ja noch fahren. Kann ich nicht. Aha. Und hier liegt ein Stiefel. Ah, fühlen wir gleich viel wohler. Verstanden. Halten Sie Ihre Position. Wir haben ein Team zusammengestellt. Greifen Sie die Trigenen nicht an. Wiederhole, die Trigenen nicht angreifen. Warum nicht? Okay, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für mich war, aber... Hm. Inne, meine, Mist. Ich guck mal jetzt mal hier rein. Super. Oder war das... Ach, ich glaube, das war die Tür. Die... Oh! Oh, wir sind bei den Evox. Hören Sie mir zu. Die Wissenschaftler im Hauptkontrollbereich der Treehouse-Forschungseinrichtung müssen wissen, wo wer er ist. Sie werden sie nach ihrem Aufenthaltsort fragen müssen. Team Alpha, überprüfen Sie das Kontrollzentrum. Im Wetter sichern Sie den Beifahrt. Augen und Ohren auf, Leute. Seid vorsichtig. Gut, dann gehe ich vielleicht mal hier lang. Cool, die Evox. Ich höre sogar noch Affen. Das sind bestimmt nicht die Trigiden, oder... Ich kann's mir einfach nicht merken, wie die heißen. Ich kann's mir einfach nicht merken, wie die heißen. Das ist alles Teil von Kriegers Plan, Jack. Er hat ein Serum zusammengebraut, das jedes Organ und jeden einzelnen Muskel stärkt. Bis jetzt hat er es, soviel ich weiß, nur an Primaten getestet. Sie machen Witze. Ich fürchte mich. Achtung! Alle Mitarbeiter haben Vorkehrungen für die Befriedungsprogramm. Okay, Männer. Wir durchsiegen das Areal. Die Trigenen sind ab jetzt unsere Primärziele. Feuer frei! Alles fahrt aus! Das ist für dich! Wo ist die Befriedungsprogramm? Ich zerreiße ich in der Luft! Du kannst dich nicht verstecken! Wie ist der hinten? Geh auf, Alter! Ja! Okay. Ich erledige ihn! Er ist weg! Du bist erledigt, Mann! Nimm das! Stirb! Stirb! Nimm das! Was ist denn hier los? Du bist so gut für mich! Was ist zur Hölle? Wir sind in der Luft! 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 Nichts viel! Ich geh dann mal! Tschüss! Oh, shit! Willst du noch mehr? Wo soll ich denn jetzt eine Schlüsselkarte finden? Sonst habe ich sie immer vorher gefunden. Du bist am Ende! Da komme ich wahrscheinlich auch nicht rein. Du bist am Ende! Stimmt doch gar nicht. Also ich brauche eine Schlüsselkarte. Wo ich jetzt nicht weiß, wo ich die finde. Hä? Da komme ich auch nicht durch. Oh, toll! Hm. Ja, wenn ich trotzdem F drücke, passiert irgendwie gar nichts. Das ist ja seltsam. Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich eine Schlüsselkarte herkriegen soll. Ich weiß ja noch nicht mal mehr, wie ich wieder oben drauf kommen soll. Da hinten ist so eine Art Aufzug, so wie es aussieht. Ach nee, da geht es auch wieder auf. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass ich die vielleicht da oben finde. Stimmt! Stimmt! Oh, toll, ich bin eh gleich tot. Tja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Für die Schlüsselkarte zumindest. Ah, könnte der vielleicht eine Schlüsselkarte haben? Lass mich mal runter. Hey, das war gemein, du. Das war gemein, den habe ich nicht gesehen. Der kam von hinten, die Sau. Hören Sie mir zu. Die Wissenschaftler im Hauptkontrollbereich der T-House-Forschungseinrichtung müssen wissen, wo wer lässt. Sie werden sie nach ihrem Aufenthaltsort fragen müssen. Die Freifahrten überprüfen sich am Kontrollzentrum. Die Fässer sehen Sie den Weihkopf. Okay, Männer, wir suchen das Aria. Sie gehen in den Arab jetzt unsere Primärziel. Feuer frei! Treffen Sie Vorkehrungen für die Durchführung des Befriedungsprogramms zu können. Alle Regierungen werden ohne Schattels an alle Mitarbeiter. Treffen Sie Vorkehrungen für das Befriedungsprogramm. Heu, es wird langsam Zeit, dass Sie mit der Bahn rausrücken. Was zur Hölle geht hier vor? Das ist alles Teil von Kriegers Plancheck. Er hat ein Serum zusammengebraut, dass jedes Organ tief reizelnden Muskelstärken. Bis jetzt hat er eigentlich weißen Konklimaten getestet. Sie machen Witze. Ich bin an ihm dran. Ich hab hier ne Kugel. Extra für dich. Du bist so gut wie tot. Wie gefällt dir denn das hier? Hast du ein Problem, Mann? Macht dir das Spaß? Nicht auf, Alter, nicht in der Luft. Na komm doch. Du bist am Ende. Die Klinik, ey. Was ist denn hier los? Hast du ein Problem, Mann? Riss, bleib. Du steckst in Schwierigkeit. Willst du noch mehr? Okay. Also ich will ganz ehrlich sein, da hab ich jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Hören Sie mir zu. Jetzt mach ich's ein bisschen vorsichtiger. So, jetzt haben mich zumindest die nicht im Auto gesehen. Überprüfen Sie das Kontrollzentrum. Team Wetter, sichern Sie den Weibrand. Auf und Ohren auf, Leute. Seid vorsichtig. Schnappt ihn. Wer ist das? Ich weiß, wo du steckst. Genau zwischen die Augen, du Dreckskerl. Du hast keine Chance gegen mich. Dich mach ich nieder. Oi. Es wird langsam Zeit, dass Sie mit der Wahrheit rausrücken. Was zur Hölle geht hier vor? Wir machen Witze. An alle Mitarbeiter, treffen Sie Vorkehrungen für das Befehlungsprogramm. Genau zwischen die Augen, du Dreckskerl. Du gehörst mir. Noch irgendwer? Blöde Säcke. Diese blöden Affen. Hi, Jungs. Ah, hat alles geklappt? Blöde. Sieht man. Schieß mir doch ein Stück in den Rücken. Ja. Ach. Noch nicht. Fress Blei! Da komm ich. Da komm ich. Da komm ich. So. Eh? Hallo? Es gibt Neuigkeiten. Ich habe gerade einen Notruf von Jerry Spatzig abgefangen. Der ist hier der Chefwissenschaftler. Er sitzt in einem Raumfest und wird von einem Haufen von Trigenen belagert. Er müsste eine Schlüsselkarte für die Sperrbereiche haben. Die brauchen Sie um Val zu retten. Okay. Wow, was sind denn das für Viecher? Ja. Ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Da geh ich nicht rein. Nee, normal. Ich will erstmal... Ja, mir nix. Na gut, ich probier's trotzdem nochmal. Herr Professor Spatzig, melden Sie sich. Wir haben Sie empfangen. Verstärkung ist auf dem Weg zu Ihnen. Halten Sie durch. Hilfe ist auf dem Weg. Nachricht? Wir haben unseren Wissenschaftler gefunden. Die schlechte Nachricht. Ihm ist gerade nicht nach einem Gespräch. Ich habe aber irgendwas von einem Bunker mithören können. Da könnten Sie Sie hingebracht haben. Ich werde den Funkverkehr abhören. Begeben Sie sich zum Ende der Insel. Bin mir fast sicher, dass in dem Bunker dort ist. Bin schon dabei. Das Tor zum Hubschrauberlandeplatz ist... Das ist ja nett. Äh, in dieser Version mag ich aber nicht, dass es gespeichert wird. Jack, beeilen Sie sich. Es sieht ganz so aus, als würden Sie schon voll in Schwertigkeiten stecken. Die haben gerade... Äh, was haben die gerade? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich will da noch nicht runter. Jack, beeilen Sie sich! Es sieht ganz so aus, als ob die Schilder in die Schildigkeiten stecken. Die haben gerade verstanden und zu Ihnen geschickt. Jetzt kriege ich... Oh, Mann! Das scheint eine etwas härtere Nuss zu sein, glaube ich.